Die Liebe, die Liebe allein, bloß sie kann so sein, so sein, so sein. Merci, 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 für dich so, mein Scherri, 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 unsere Liebe, mein Scherri, so schön. Merci, Scherri, 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 meine Scherri, meine Scherri. Mother's Day Es ist leider so, ich bin leider voll krank anzueinander. Und es ist dumm, dass man es am Anfang sagt, aber man muss es eigentlich zu mir aussagen. Eigentlich kann ich nicht singen. Das müssen Sie mit dem Vorliegen nehmen, was jetzt gerade so geboten wird. So, ich habe das jetzt ganz gut gemeißen müssen, das Programm. Das wollten wir jetzt auch nicht, weil wir auch noch den Chor eingesetzt haben. Also sehen Sie mir das auch. Ich werde mich anstrengen. Ich werde mich bemühen, Ihnen das so gut wie möglich vorzutragen. Aber ich bin leider nicht, dass ich nicht immer kann. Das macht mich sehr, dass ich... Und nach dem Augen dessen, sagte er. Lass mich noch eben, Sie werden noch hingehen. Es ist nicht das zu hell. Viel zu hell. Viel zu hell noch. Ich bin nur alleine. Was brauchst du denn jetzt? Was brauchst du denn jetzt? Was brauchst du denn jetzt nicht? Was war runterdicken? Mach dunkel, mach dunkel, hier. Denkst du dann, das ist gar nicht gedacht. Nein. Da geht es um das, dass die Technik hat seit heute, bis heute gestern abends, bis heute früh hat es sich aufgebaut und heute schon wieder ab 9 Uhr. Und wir haben gar keine Lichteinmesserung und kein Lichtmischchen machen können. Dann habe ich die Gegend, es ist einfach so. Und dann hört sich die Hütten dabei, wie das so geht. Jetzt machen wir einfach das gleiche. Es geht nur nicht so. Und dann kommt der Bogenessen. Dann kommt der Bogenessen. Dann kommt der Bogenessen und dann kommt das gleiche. Ich weiß es nicht. Und dann kommt der Bogenessen. Und dann kommt der Bogenessen und sagte er, lass mich noch eben, Sie werden noch ein Zigaretten oder Bier machen sollen. Das ist auch ganz gut. Sie lief ihn nach, nimm doch die Schlüssel mit. Ich werde zwischendach der kleinen Segen. Er zog die Tür zu, ging stundenlos. Ins Nähe oben, helle Treppenhaus. Es roth macht ohne Wachs und Späßigkeit. Und auf der Papel dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wär, man müsste einfach gehen für alle Zeit, für alle Zeit. Musik Und als er draußen auf der Straße stand, darf er meinen, dass er fast alles bei sich trug, den Pass, die Olochecks und etwas geht, vielleicht ging heute Abend noch ein Flug. Musik Er könnte ein Taxi nehmen, dort am Glück, und der Autostopp und einfach weg, Sehnsucht in ihm wurde wieder wach. Musik Noch einmal voll von Träumen sein, sich aus der Indien befreien, er nannte immer seinen Aufbruch nahe, seinen Aufbruch nahe. Musik Musik jetzt ist's klar, wenn sie nicht sprechen, das, wie eine andere Syngro-Druppe, in die Worte dasselbe, wenn ich es nur noch einmal verbreit sein sollte. Einmal verrückt sein, meine Damen und Herren, wer will es nicht? Ja, ob ich nur die Verrückte planen möchte, wer will es nicht? So, wenn heute der Zeit kommt, muss ich sagen, wenn ich zeigte, weil ich verrückt bin, Und wir sind mit drin und kehren auf den Ortsdienst. Einmal freiwillig sein und aus anderen Zeiten. Meine Damen und Herren, Sie heißen Burzowski, unser Zähnchen von Merklin-Marie. Und wir machen abends. I'm spreading the news. I'm relieving today. I want to be a part of it. New York, New York. We thank them to you. Our luggage is dry. Right through the very heart of it. New York, New York. I want to be a part of it. In a city that doesn't sleep. If I am king of the hell. Top of fame. See, I'm blue. I'm melting away. I'll make up when you start of it. If I am. If I can Make it better I'll make it Anywhere It's up to you New York 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 Mach Licht runter, mach Licht runter Das ist schwierig Da steckte er die Zigaretten ein Und ging wie selbstverständlich ein, durch dein Haus mit Wachsam und Schwierigkeit. Die Frau rief, Mann, wo bleibst du los? Pause, die Frau geht bei uns. Sie fragte, war was? Nein, was soll schon sein? Sie fragte, war was soll schon sein? Die Frau rief, Mann, wo ist dein Kind? Pick dich frei! Einmal verrückt rein und aus allem zweimal rein. Einmal verrückt 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 rein.